Hallo! Hallo! Nein! Lass mich nur... So, können wir jetzt mal mit System arbeiten, bitte? Töte sie! Töte sie alle! Warte, lass mich das machen, ich hab die Bomben. Nein, ich will nicht mehr, ist mir egal. Lass mich nur ruhen. Oh man, oh man, oh man! Wir müssen jetzt bis zum letzten Checkpoint kommen. Mit dem bisschen Energie, was noch übrig ist. Wieso haben wir so wenig Energie? Ja, weil wir schon so einmal gestorben sind und dann immer teilen mussten. Aber wir sind noch jetzt seit dem Start noch nicht gestorben. Was? Du bist gestorben. Genau, du hast ein Checkpoint kaputt gemacht danach. Okay, kannst du das Ding holen? Was ist mit dem Geld? Nein. Doch. Sicher? Ja. Okay, dann los, hast du dein Mikrobob wieder angemacht? Oh man, diese ... Gegner respawn ... Kommst du, kommst du hoch? Ja, okay. Ah, super. Fall für ... Ach man! Diese ... Steuerung! Ah! Das kotzt mich an! Diese Steuerung ... ... mich ab! Unbesichtbarkeit und immer wieder Impfsprung und Besichtbarkeit anwenden. Mach du das. Ich hab nicht genug Mana, ich hab nur 19. Ah, okay. So insgesamt 100. Jetzt schon wieder! Ich hab doch gedrückt! Ich hab gedrückt! Lass dich ein bisschen Ruhe, ich mach dich nicht mehr. Es ... Ich mach das nicht mehr mit. Sorry, es nervt. Ich mach das nicht mehr mit dir mit. Es ist echt ... Es ist echt nervig. Du hast keine Kontrolle! Überhaupt keine Kontrolle! Gehst du da bitte rüber mit deinem Unbesichtbarkeits-Dings? Jetzt ist er angefisst! Jetzt ist er angefisst! Hahahaha! Hahahaha! F***! Ja, das ist ... Das ist ... Das ist wirklich ... Mach hello und dann ... Ach, du bist backer von mir. Huuu! Das willst du aber wissen! Hahahaha! Siehst du alles gut? Nää, sorry! Also ... Das Spiel ... Jetzt kommt das zu dem Boss. Du kriegst solche dummen Sachen, ey! Und der Boss ... HMM ... Nun, mein alter Freund. Endlich der Tag gekommen. Dies wird unser letztes Duel sein. Soll mir nicht die Schaufeln niederlegen und als gleiche scheiden ... Scheide! Der Orden ist ohnegleichen. Du weißt doch sicher, was Macht ist. Komm zu uns. Ich bin gerade so genervt von dem Spiel. Mein Herz pumpt richtig vor Wut. Ich kann das nicht mehr lesen. Fuck it. Aber jetzt ist alles gut. Weißt du, ich bin ja eigentlich ein relativ guter Videospieler, aber das... Aber das ist einfach... Ich habe nicht das Gefühl, irgendwie Kontrolle über dieses Spiel zu haben. Ja, stacheln, ist klar. Ähm, ähä? Das...hello? Seppl? Was geht mit deiner Unbesiegbarkeit? Kriegst du den noch fertig? Nie! Komm schon, komm schon! Komm, mach, mach! Nein, ein Treffer noch! F*** ich, du Sch***er! Jawoll! So, ich glaube, ich habe meine ganzen Schulden beglichen. Oh, trotzdem. F*** du Shovel Knight. Oh, Mann, Mann, Mann. Auf dem Gamepad steht, du hast den E-Kidner besiegt. Möchtest du im MiWars darüber schreiben? Möchtest du schreiben, dass du a***** schlecht warst? Hä? Nee. Nee, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spielchen. Nein, nicht rausgehen! Das ist noch genug, ja. Geil, du zündest einfach Holz an und da drin liegen dann... Also ich bin jetzt so schlecht gewesen. Auf jeden Fall, ja. Wuhu! Mit deinen Bomben, ey. Seitdem du hast, bist du besser als ich. Wuhu! Ja, viel Spaß damit. Wir haben immer zusammensackt. Ach, Gott. Das ist so f*** bei mir drin. Das gibt's nicht. Nächster Bossgegner. Oh, Gott. Na, immerhin ist die Lebensanzeige aufgefüllt. Wer ist das? Wer ist das? Was ist das für ein Zauber? Macht, er hat die Eigenschaften eines ehrenwerten Ritters. Die Stimme versackt. Mein Herr, ich glaube, wir kennen einander noch nicht. Wir treffen uns heute auf dem Schlachtfeld. Wir haben beide viele Ritter besiegt und sind weit gereist. Ich glaube, ich habe mehr besiegt. Heute kämpfen wir. Ich glaube, ich habe mehr besiegt. Zur Seite. Du und ich. Wir haben keinen Grund zu kämpfen. Der Kampf an sich ist gut genug, Wacker-Ritter. Heute wirst du auf die Polo gestellt. Bist du bereit? Nein. Nö. Bam, 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 bam. Ich werde nichts mehr machen außer Unbesiegbarkeit und meine Bomben-Spam in diesem Spiel. Das ist meine Taktik. Warum? Weil sie funktioniert. Ansonsten in diesem Spiel nahezu nichts funktioniert, was man machen will. Deine Bomben machen auch nicht mehr so viel. Sie nehmen halt Leben weg. Ja, nur wenn sie neben dem explodieren auch. Ich kann noch den überpowerten Feuerstab benutzen, aber... Sie haben eine neue Waffe eben bekommen. Die Bomben-Explosion oder sowas. Aber ich glaube, das ist sicherer hier so. Sie sind keine Schimmerschritte. Kein Problem mehr, die Endbosse. Ich bin besiegt, aber so knapp. Du musst weiter trainieren, um gewappnet zu sein. Lass mich in Ruhe. Lebewohl, Schaube-Knick. Ich habe meinen Namen nicht gesagt. Ernsthaft? Nein, ich bin dran. Zehn, acht Münzen, genau. Zehn, acht Gold? Hm, und nein? Ja. Nein. Bam. Nope. Auf geht's zu Tinker-Night. Tinker-Night. Im Uhrenturm. In jedem Castlevania-like-spielen muss es sein Uhrenturm. Oh, 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 oh. Komm, da ihr Belts. Komm, da ihr Belts. Ich sag's ja, wenn das kombiniert wird mit Stacheln, dann ist es wieder vorbei für uns. Oh, Gott. Lass im Koop. Are you ready to f*** up? Ah. Ah. Ah, okay. Okay. Hm. Warte? Du stirbst. Ne. Zieh. Warte. ok ok dass die kann nicht töten aber auch dass da unten ist ein zu großes risiko oder da machst du das noch ich kann das nicht mehr holen obwohl warte ich habe eine fähigkeit vom vom abfisch bekommen mit dem ich das machen kann aber es ist wieder gut was geht es echt wieder gut auch sehr gut geht ja kannst du da oben hingehen bezahlen ich bin nicht gut warte 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 doch ein fischen kriegt das wieder eine fähigkeit das schreit für mich nach entweder ja und diesmal versau ich es nicht das beim letzten mal auch gesagt also wenn wir glaube ich nicht so viel labern und so glaube ich besser was geht hier ab was geht hier ab also diese mario bowser castle alles gut wir sind kurz vorm ding alles ich hätte eigentlich gedacht das sind vierte decker verwendet aber auch ganze baumsten Tja das war der zweite treffer so ist nicht mehr viel nur noch einen treffer dann bist du tot ich kann nichts machen ich kann nichts machen total unfair das ist unfair du bist einfach vollkommen ausgeliefert auf den leitern da du kannst nichts machen du kannst nicht davon einfach weg springen die steuerung auf den leitern ist zum kotzen mann wie machen die sowas gott was zum teufel wieso bin ich da nicht rüber gekommen schlechte steuerung ich glaube wenn du da oben bist dann wird einfach gleich ein infinit decker ganz einfach schlechte du musst ein bisschen mehr mit dem infinit decker arbeiten nein es geht nicht darum mit dem infinit decker du musst einfach nicht so eine steuerung hier sein das haben wir eben nicht genommen sehr gut dass wir gestorben sind wir haben sehr viel mehr verloren als wir dadurch bekommen haben das denkt jemand daran was der vogelmens und vogelmens beigebracht hat das macht keinen spaß das war super knapp gerade infinit decker ja oh god überhaupt von mann Steuerung das ist ok nervig ich kann nichts machen okay ich hab ihn gekriegt irgendwie ach so du warst noch auf der anderen Seite auch meine Unbeziehbarkeitsmedaille auch das fühl ich mich nicht sicher hier in diesem Spiel der Bossgegnung ist super extrem hart der Tinkerleid er war noch was machst du das? Seppel schreit eigentlich nach Entweder der Gabo okay ich krieg das hin ah ja doch stimmt das ist eigentlich ziemlich simpel Medaillon, Medaillon, macht der Medaillon nein, nein, nein ich mach das Tension ok ok das ist, das ist hier zu nerven das ist nervig das meine ich kann nichts machen keine Chance ok ich mach das ja ja mach das alleine, das ist besser ich meine, warum haben sie den Trank sonst dahin gelegt? der Weg war auch nur ne verarschete der Weg war auch nur ne verarschete und soll ich wieder kommen? ne ne ok ich krieg jetzt auch irgendetwas empfindet der der mäßiges oder was? ah ich krieg jetzt das Express Zahnrad mit dem ich ah ok alles klar alles klar aber das ist bisschen zu schwer um umzugehen damit also jetzt gerade ja im Prinzip musst du einfach mal draufsteigen oder nicht? ja aber ok ok weiße ob das lange genug hält alter aber egal, das kriegen wir leicht wieder das kriegen wir leicht wieder das tut man halt meine Zuschauerschaft das tut man wirklich das kriegen wir leicht wieder warte, 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 warte warte, 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 warte da oben ist dieser quatsch, ne? ne, noch nicht, noch nicht falls meine Zuschauerschaft Resignation und meine Stimme hört das liegt daran dass Resignation und meine Stimme ist ba da beim in den nächsten 12 Sekunden gibt es eine Wikipedia also öffnen alle Leuten Wikipedia und nachえー дело ach man ne 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 du kannst ich machst alles richtig eigentlich und nichts davon wird irgendwie so angenommen wie wir es machen F**kt so dermaßen ab. Hätte er einfach wiederkommen. Okay, warte, warte, Seppel. Meine Uhr nervt mich gerade. Nee, bis zum nächsten Checkpoint. Ja, das können wir ja hin. Ja, lass mich in Ruhe. Voll der Stress. Ah, Mann. Das da unten sitzt. Wer nimmt's, wer nimmt's? Ich. Nimm du es, du hast mehr Energie. Aber ich muss mitkommen. Warte, warte, warte. Ich hasse diesen Stress. Boah, das ist so verwirrend gerade. Kann sie auf den Conveyor-Bells wiederkommen? Was weiß ich. Hellooo, gar nicht. Seppel, das war keine gute Idee. Okay, bin wir da. Ah, Jesus. So. Was? Achso, ja, okay. Pass auf. Alles klar, okay. Warte, da unten rechts war das. Unten rechts geht's erst gleich heute. Okay, bist du bereit? Hier, das war eine Stelle, wo es einen emotionalen Zusammenbruch von Danny gab. Okay, ich geh wieder runter. Hast du alles? Ja, hab ich. Ganz kurz. Tension! Warte, warte, sepp, sepp, sepp. Willst du nicht einfach sterben gerade? Ja. Bis morgen. Nein, wirklich die Folge ist zente. Okay, tschüss. Tschüss. Haha, ich denke...